hallo ich hoffe ihr hattet eine richtig schöne woche jetzt ist ja schon wieder wochenende aber ich hoffe ihr habt die videos geschaut und heute nachmittag könnt ihr ja noch mal ins check in kommen wenn ihr lust habt wieder von 15 uhr bis 17 uhr und wenn ihr die videos geguckt habt ihr euch sogar noch preise abholen also wir würden uns riesig freuen euch nachher zu sehen und wünschen euch noch einen schönen tag bis dahin